Ja, hallo, meine lieben Zuschauer! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Uncharted 2 hier auf meinem Kanal. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und weiter geht's. Los! Los! Ich gehe bei Schleckung! Okay, danke. Wo müssen wir denn dann? Ballern? Okay, wir müssen hier raus. Los! Helena, verrammle die Tür! Ja, ist ja... Ah, nehmen wir natürlich noch mit. Komm schon! Nee, das schaffen wir nicht. Weiter! Hier, du Basta! Genau. Was? Kommst du denn her? Die Luft ist neu. Ah, die haben doch irgendwas am Moodle zu. Was ist denn, wo denn? Was? Das war knapp. Ey, Alter, ist ja wie eine Schießboden hier. Haben die hier denn keine Munition in ihm gedacht? Da liegt sie doch. Die ist kaputt. Super. Ja, komm schon, Junge. Schaffen wir das? Ja, wir schaffen das. Genau. Keine Sorge zu. Du packst das. Nicht aufgeben! Alter! Hasshaft. Wohin? 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 Mach das Tor auf! Vorsicht! In den da! Oh, ich glaube, die ist hinüber. Das ist okay! Okay! Ich hab' mal ausgeschaltet, wenn das okay ist. Und sie hat das überlebt. Ist ja geil. Oh, nein, 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 nein. Komm schon! Komm! Komm rein! Geh da rein, Junge. Oh, die sind echt gut, die beiden Mädels. Das gibt's doch nicht! Los, los, die Treppe auf! Tempo! Könnt ihr fast meinen, wir wären Freunde, was? Keine Sorge, wir schaffen es. Er nicht! Nein, auf keinen Fall. Wir haben keine Wahl. Komm, Jeff! Okay, du hast es versucht, aber er kann nicht mehr weiter. Wir können ihn hier nicht sterben lassen. Er ist schon so gut wie tot und wir auch, wenn wir jetzt nicht gehen. Dann geht! Ja, niemand hält dich auf. Chloe. Ich habe nur versucht, dich zu retten, du Idiot. Chloe? Was soll das? Sorry. Waffen runter. Auf der Stelle. Ah, die wechselt auch schneller die, äh, Seiten an. Sie ist verletzt. Dringt sie zum Zug. Unglaublich. Du kannst es einfach nicht lassen. Dann sind wir jetzt wohl quitt. Nicht ganz. Alter, was ist er denn? Ach so, er ist der... So. Das ist also... dieser Drake. Hm. Habt ihr ihn hierher getragen, aus dem Tempel? Schade. Nein! Ah, 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 ah. Jetzt, sag dir mir, was habt ihr gefunden im Tempel? Die Antwort, nach der du suchst. Okay? Ich weiß, wo der Stein ist. Aber du findest ihn nicht, ohne mich. Also, lass sie gehen. Dann führe ich dich zu ihm. Ah, mein Schatten. Du bist die Reporterin, die mich verfolgt. Du solltest beten, dass er nicht blufft. Du such ihn. Na, komm. Das kann doch ein anderes Kreuz sein. Das kann ein McDonalds sein oder so. Du hast wohl keine Verhandlungsgrundlage, Drake. Zurück zum Sammelplatz. Wir brechen gleich auf. Du, kommst mit mir. Du. Kümmer dich um sie. Kein Problem. Und du arbeitest für das Monster. Ist besser als gegen ihn. Das war's dann wohl, hm? Du knallst uns jetzt einfach so ab, oder was? Sieht ganz so aus, oder? Steh auf. Ich sag, steh auf. Lauf! Schnapp sie! Entschuldigung. Da ist er! Lauf! Lauf! Ja. Gott. Fuck, fuck, fuck. Das hat voll die beschissene Perspektive gerade. Oh, eine Welt ist so grau. Oh. Und mit Hubschorder auch noch. Oh, Gott! Ah, jetzt geht's wieder. Achso, okay. Jawohl. Hier rein! Runter! Alles klar? Ja, mir geht's prächtig. Und bei dir? Nur ein paar Schrammen. Okay. Oh, Mist. Ich glaub, sie sind weg. Ich hätte dich da nicht mit reinziehen dürfen. Hast du nicht. Das war ich ganz allein. Nein. Ich mein, naja, das ist alles hier. Wir wussten, was auf uns zukommt. Okay, also, was machen wir jetzt? Ich gehe hier nach. Ha, das war ja klar. Typisch. Ja, nachgehen. Flynn hat was von einem Zug gesagt. Das heißt, sie haben sie zum Bahnhof gebracht. Hier. Müsste da drüben sein. Hinter dem Wasserturm dort. Nate, sie hat auf uns gezielt. Ich weiß. Das macht sie öfters. Die anderen waren bloß schneller. Es ist kompliziert. Ja, bestimmt. Es ist nicht kompliziert, es ist eine Herausforderung. Flynn wusste, dass sie bei mir war. Weißt du, was passiert, wenn Lazariewicz merkt, dass sie ihn getäuscht hat? Ja, das weiß ich nur zu gut. Dann weißt du auch, dass ich keine andere Wahl habe. Die Ganoven-Ehre, was? Ja. Ja, so in der Art. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich auch. Ich auch. Wie schön, dass ich manche Dinge nie ändern. Okay, gehen wir. Was? Oh nein, 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 nein. Du kommst nicht mit. Nate, hör auf. Okay? Wir müssen einen Zug kriegen. Da läuft bestimmt noch was. Da läuft bestimmt noch was zwischen den beiden. Da ist der Wasserturm. Genau hinter dir. Der Zug fährt ab. Oh Gott, ey. Warte. Pass auf. Bin ich immer. Okay. Schon was gefunden? Noch nicht. Ich brauche eine Waffe. Aber sowas von. Und schon haben wir eine Waffe. Wo ist die Waffe hin? Ich habe irgendwas gefunden. Hier ist nichts. Wo ist denn die Waffe hin? Fuck. Oh fuck. Ich sehe ihn. Oh fuck. Nein, nein. Oh nein. Viel besser. Ich habe noch so einen Typ da. Komm her. Okay. Komm, mexican stand-off. Wir zwei. Was? Bleib doch mal stehen. Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Fällt da die Waffe runter? Ich glaube es nicht. Oh Mann, wie kacke ist das denn? Wo ist die denn hingefallen? Nein. Okay, warum müssen wir weiter? Ich habe jetzt gefragt, warum müssen wir weiter? Wo müssen wir denn hin? Warte, warte. Die Leiter ist da so beleuchtet, dass wir da bestimmt irgendwie hoch müssen wieder. Ah. Feuerleiter. Wer steht da schon? Ja, das kennen wir ja nun schon. Aber anderer Popo als sonst. Alter. Was? Was war das denn gerade für eine Aktion? Ist ganz schön ruhig hier. Warum machst du das? Warum gehst du nicht da hoch? Außerdem liegt da oben ein Schatz. Wir müssen eh da lang. Sie haben eine Trophäe. Da oben liegt noch wieder die Mission zufällig rum. Okay. Okay. Ich denke mal, wir müssen hier lang. Okay, die sind versperrt. Ich denke mal... Alles klar. Warte mal, kann man das nicht... Ich denke mal, geht doch drauf. Wie komme ich jetzt noch da rüber? Aber... Zurück kann ich nicht, weil da ist ein Schild. Ah. Ah... Ah... Ja, wie komme ich jetzt noch rüber? Soll ich springen? das überlebe ich nicht aber zurück kann ich auch nicht nach unten, ne mach doch ahhhhhhhhh er lässt sich aber auch nicht fallen verstehst du, das Problem ist, er lässt sich aber auch nicht fallen ich verstehe es gerade nicht ich probiere einfach mal darüber, das werde ich nicht überleben ne, der springt da auch nicht hin da müssen wir da hin ne, ist auch zu weit ja, was soll ich machen jetzt hier? er geht nicht nach unten er springt nirgends wohin er kann nur auf dem Schild runter her er geht aber auch nicht nach unten lässt sich auch nicht fallen nix passiert gar nichts vielleicht muss sie auf jeden fall ist eine leiter die würde mir ja aber ist problem ist es passiert hier gerade gar nichts lässt wie gesagt wenn ich jetzt auf kreis drücke wo sich eigentlich fallen lässt passiert nix nirgendwo ich kann auch nirgendwo hinspringen seht ihr das ich kann nicht nach rechts drücke passiert nix ich nach da drücke passiert nix mama mia das kann doch nicht wahr sein ist ein bug jetzt oder was wenn ich einfach mal zu doof ja zurückspringen kann ich nicht weil der schild und die lampe weg ist ich kann nirgends nix anderes machen aus hier hier außer hier rumhängen noch mal Ich weiß sonst nicht, was ich machen soll. Ich habe gerade gesehen, dass ich schon 45% vom Spiel durchgespielt habe. Ernsthaft? So schnell? Jetzt passiert irgendwie gar nichts mehr. Jetzt hat sich wohl das ganze Spiel aufgelackern, vermute ich mal. Dann starten wir nochmal. Starten wir es dann nochmal. Ja, sorry Leute. Ihr habt jetzt bestimmt auch was anderes erwartet. Dann starten wir es dann noch. Dann starten wir es dann wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020